00 kuh wie viel was soll ich denn damit direkt ein geschenk Bauern Dankeschön für den Bauern toll was soll denn die Spiele jetzt Entwicklung 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 so was ist er noch der kann sich jetzt nicht bewegen das war klar noch ein geschenk Mauer damit die Dame kommt dann muss ich wieder weg dann nicht dann nicht dann nicht dann nicht Night Fork nicht Dankeschön die Dame okay danke für die Dame echt und danke für den Läufer echt das war alles quatsch da echt okay krieg ich mit Entwicklung zack 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 der ist jetzt auch aus mit Entwicklung und noch eine Entwicklung und ungedeckter Bauer okay soll das jetzt ein Witz sein okay da ist ein Schacht da ist ein Schacht drin erstmal da muss er da rüber dann kann ich den schlagen dann krieg ich die Gabel okay dann muss er erstmal da raus ah gut dann krieg ich den okay erstmal den okay das wird so einfach Leute heute heute von heute das wird sein check okay okay ich muss jetzt ein Checkmate sein Checkmate Checkmate Checkmate